45 Kilometer, 850 Höhenmeter hieß für die Mountainbiker 3 Kilometer Asphalt, 40 Kilometer Wald- und Schotterwege beim Alpgold-Frühjahrsmarathon. Dieser Herausforderung stellte sich am Sonntag das Teilnehmerfeld beim MTB Cup in Münsingen. Durch Regen und Matsch kämpften sich allerdings auch die Jüngeren durch den MTB Park, beim Schwörerhaus oder Sportschneiderhahn-Schülercup traten sie für die beste Zeit in die Pedale.